Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Keiter, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist wahr, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das einfach gekommen! Das Militär hat mich verlogen! Ich habe mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter, so ein hauptsächlicher, treuloser Feig! Sürich, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Die Feiglinge, verreicht ein Versager! Die Generalität ist doch geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie in Zunge gebracht, nur um zu lernen, wenn man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion im Lumpen hielt! Es hat mich denen nur als Bestimmungen... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Und jammern alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen! Wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein... Allein auf mich gestellt! Schau! Vielen Dank.